Horoskop für heute, Löwe, 10. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie können sich heute darauf freuen, kreativ zu werden. Sie könnten aufregende und innovative Wege finden, um Ihr Zuhause zu verbessern oder das Familienleben zu genießen. Durch den heutigen Merkur-Jupiter-Transit ist Ihre Fähigkeit, Details zu erkennen und Dinge zu analysieren, stark. Dieser Einfluss kann Durchbrüche und positives Denken anregen, insbesondere mit oder über Freunde und Gruppen, sowie langfristige Pläne, die Sie gespannt auf das Kommende machen. Dies ist eine ausgezeichnete Zeit zum Schreiben, insbesondere über Ihre Gefühle oder für berufliche Ziele wie Beförderung oder Öffentlichkeitsarbeit. Ideen auszutauschen tut gut und kann zu neuem Verständnis und einem wunderbaren Gefühl von Kameradschaft und Unterstützung führen. Weise Ratschläge spielen heute eine große Rolle. Mit gegenseitigem Respekt im Spiel erhalten Interaktionen und Kommunikation einen wunderbaren Aufschwung, der erhebend ist. Schwierige Probleme können sich jetzt leichter anfühlen, egal ob sie zu bewältigen oder zu lösen sind. Der Tag ist optimistisch, hoffnungsvoll und inspiriert. Das Universum bringt Ihnen überall, wo Sie hingehen, freudige Botschaften. Der mentale Merkur wird in Harmonie mit unserem großen Wohltäter Jupiter wirbeln. Mit unserem kosmischen Boten in Ihrem Solarhaus der Kommunikation und des Intellekts, der Gold findet, während er sich mit Jupiter verbindet, werden Sie die Stimme und die Ideen haben, um Ihr Leben und Ihre persönlichen Beziehungen zu verändern. Setzen Sie sich mit Ihrem Ein und Alles zusammen und überlegen Sie sich aufregende Pläne, Ziele und Bestrebungen, die Sie beide angehen können, insbesondere in Bezug auf Reisen. Heute ist auch ein herrlicher Tag, um zu versprechen, dass Sie Glück bis ins Mark haben möchten. Was wird Sie motivieren, es besser zu machen? Normalerweise haben Sie genug Leidenschaft und Eifer, um alles durchzuziehen. Aber in letzter Zeit brauchen Sie vielleicht mehr Inspiration. Denken Sie darüber nach, was Sie in Ihrem Berufsleben und bei Ihren Finanzen als Motivation nutzen können, wenn Venus im Skorpion und Mars im Krebs im Treiden stehen. Sie müssen vielleicht tief graben, um Ihre innere Willenskraft und Entschlossenheit zu finden. Es könnte auch eine Verbindung in Ihrem Privatleben geben, die Sie dazu inspiriert, hart zu arbeiten. Ihre Eltern, Ihr Ehepartner oder sogar ein gewünschter Lebensstil könnten Ihnen helfen, bei Ihrem beruflichen Fortschritt auf Kurs zu bleiben. Sie haben vielleicht die besten Absichten, aber halten sich nicht ausreichend an Ihr Trainingsprogramm. Eine Möglichkeit, sich die Belastung zu nehmen, besteht darin, sich einer Gruppe anzuschließen, die regelmäßig trainiert, einem virtuellen Team oder einem Kurs irgendeiner Artikel. So bleiben Sie trotz Ihrer Stimmung auf Kurs. Sie können auch die Hilfe eines Fitnesstrainer in Anspruch nehmen, dies ist jedoch die teurere Option. Lassen Sie nicht zu, dass eine kleine Planetenkonstellation Ihrem besten Schritt im Weg steht. Für Sie wird diese Zeit wie ein frischer Wind erscheinen. Die vorangegangenen Wochen waren zwar ziemlich schwierig, aber Sie haben immer noch viel Energie. Sehr bald sollten Sie die Früchte Ihrer bisherigen Arbeit ernten können und die Menschen in Ihrer Nähe werden diese günstige Zeit in Ihrem Leben gerne mit Ihnen teilen. Möge Ihr zukünftiger Erfolg willkommen sein! Konzentrieren Sie sich in Ihrem Berufsleben auf Ihre Arbeit, vermeiden Sie Hindernisse und zögern Sie nicht, diejenigen, mit denen Sie zusammenarbeiten, von der Stichhaltigkeit Ihrer Initiativen zu überzeugen. Sechs Tage bevor Merkur, der Planet der Kommunikation, ihren Kommunikationssektor verlassen soll, kreuzt er sich mit dem Asteroiden Juno, der als Königin der Verpflichtungen bekannt ist. Dieses Treffen verbindet Merkurs Talent, offene Kommunikationswege zu ermöglichen, mit Junos Entschlossenheit, diese lange nach seinem Abgang aufrecht zu erhalten. Während der Mond einen spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekt des Lebens hervorhebt, der derzeit vergänglich ist, dient dies als Vorschau auf Entwicklungen, die in zehn Tagen stattfinden und diese Erfahrungen für eine längere Dauer für den Rest des Jahres festigen werden. Zur gleichen Zeit, in der der Mond seinen letzten Besuch in ihrem romantischen Sektor macht, bevor Venus, der Planet der Liebe, in zehn Tagen zurückkehrt, was den Radar ihres Herzens über dem Horizont bereits in Alarmbereitschaft versetzt, haben sich die Götter der Kommunikation und der Beziehungen zusammengeschlossen. Es ist ein freundlicher Aspekt zwischen Merkur, dem Planeten der Kommunikation in seiner letzten Woche in ihrem Kommunikationssektor, und dem Asteroiden Juno, der Königin der Bindung, der den Kommunikationslinien einen ernsthaften Schub verleiht. Täglicher Planetenüberblick Der Kosmos arbeitet heute wirklich zu ihren Gunsten, da Venus im leidenschaftlichen Skorpion wunderbar mit Mars im fürsorglichen Krebs harmoniert. Diese Ausrichtung der Liebesplaneten bringt eine tiefe, emotional aufgeladene Energie mit sich, die sowohl ihr Herz als auch ihre Seele berühren kann. Egal, ob sie in einer Beziehung oder Single sind, dies ist ein Tag, an dem Liebe in der Luft liegt und sie einlädt, sie anzunehmen, zu pfliegen und ihr beim Wachsen zuzusehen. Hatten sie schon einmal einen dieser Tage, an denen in ihrem Privatleben einfach alles zu passen scheint, Gespräche mühelos fließen und Verbindungen sich tiefer und bedeutungsvoller anfühlen? Genau diese Art von Energie bietet der heutige Tag. Für diejenigen unter Ihnen, die Single sind, könnte dies ein wunderbarer Moment sein, um ihr Herz zu öffnen und neue Verbindungen zu erkunden. Es liegt ein Gefühl von Optimismus in der Luft, was es zu einem großartigen Zeitpunkt macht, jemanden auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Vielleicht haben Sie gezögert, sich zu offenbaren, oder waren sich nicht sicher, ob der Zeitpunkt richtig ist, aber die kosmische Energie ermutigt Sie heute, es zu wagen. Haben Sie jemals diesen Anflug von Aufregung gespürt, wenn Sie jemanden Neues kennenlernen und das Gespräch so fließt, als ob Sie sich schon seit Jahren kennen würden? Heute bietet sich diese Art von Potenzial eine Chance, sich mit jemandem zu verbinden, der mit Ihrem wahren Ich in Resonanz steht. Für Paare bietet sich heute eine einzigartige Gelegenheit, die Bindung zu Ihrem Partner zu vertiefen. Das Venus-Mars-Dreigen schafft eine Atmosphäre emotionaler Nähe, in der sich Intimität auf tiefgreifende Weise entfalten kann. Dies könnte ein großartiger Zeitpunkt sein, um herzliche Gespräche zu führen, die Sie einander näher bringen, oder einfach die Anwesenheit des Anderen auf bedeutungsvollere Weise zu genießen. Haben Sie schon einmal dieses Gefühl erlebt, wenn Sie mit jemandem zusammen sind und es sich anfühlt, als ob der Rest der Welt verschwindet? Diese Art der Verbindung kann heute ein Gefühl der Einheit und Nähe fördern, das Ihre Beziehung stärkt. Dies ist einer jener Tage, an denen Ihre positive Einstellung ansteckend wirkt. Egal, ob Sie mit Kollegen, Freunden oder sogar Fremden interagieren, Ihre Energie wird in der Lage sein, jemandem den Tag zu versüßen. Haben Sie schon einmal einen Fremden angelächelt und beobachtet, wie sein Gesicht im Gegenzug aufleuchtete? Es ist ein einfacher Moment, aber er erinnert uns an die Macht, die wir alle haben, um positive Energie in die Welt zu bringen. Heute haben Sie die Möglichkeit, nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen um Sie herum aufzumuntern. Lassen Sie sich also von dieser guten Stimmung anstecken, lachen Sie mehr, lächeln Sie mehr und wundern Sie sich nicht, wenn Menschen sich von ihrer strahlenden Energie ganz natürlich angezogen fühlen. Und während diese harmonische Energie sicherlich großartig für Liebe und Beziehungen ist, kann sie sich auch positiv auf andere Bereiche Ihres Lebens auswirken. Wenn Sie über ein neues finanzielles Unterfangen nachgedacht oder daran gedacht haben, Ihren Stil aufzufrischen, ist heute der Tag, um selbstbewusst voranzuschreiten. Venus im Skorpion bringt einen Hauch von Luxus und Kühnheit, während Mars im Krebs eine schützende, nähernde Stimmung hinzufügt, die perfekt für wohlüberlegte, ausgebogene Entscheidungen ist. Haben Sie jemals diesen Zuversichtsschub gespürt, wenn Sie einen Schritt in Richtung etwas Neues machen und alles einfach an seinen Platz fällt? Heute könnte diese Energie zu Ihren Gunsten wirken, sei es eine neue Investition, ein kreatives Projekt oder einfach nur etwas, das Ihnen ein gutes Gefühl gibt.